Tja, auch wenn mit der Arsch tatsächlich in multiplen Gründen auf Grundeis geht, dennoch werde ich immer noch weiter Videos machen. Und ihr seht ja jetzt hier, ja, unser, unser Lieber, unser geliebter Bub, der Greta, der Greta. Through the gates of hell, da-da-da-da-da-da, so sind die Nazi-Lines, Primo Victor, ja gut, das wäre jetzt eine Sache, aber Greta wird auch in der Hölle schmoren. Und die anderen Satanisten auch. Betet zu Gott, preist ihn an und dann kann ich jetzt auch nicht sagen, wird alles gut, aber es wäre zumindest mal die richtige Richtung. In dem Sinne, könnt ihr das alles schauen mit am IVK bei Bitschut. Die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.